yo yo youtube was geht ich bin so gut und ich habe vergessen die dinge zu umzustellen ich bin doch bei normansky so was mit ob er ja ich habe mir jetzt meinen bruder noch mal geschnappt aber diesmal ist er im tss weil er letztes mal gesagt wird hier voll benutzt ja weil er letztes ich will nicht ich habe schlechte audio-qualität also ich finde mord habe es verbehindert ich habe jetzt erst mal an was der sagt ja ich habe es auf englisch gestellt er sagt bei mir gar nichts sagt er bei dir was du bist so ein penner man den wollte ich haben den wollte ich haben ein bisschen ist das nervigste was es gibt gesagt bei mir gar nichts winky face so hat er jetzt gerade auch auf den road talk gewechselt ich will kein heiler spielen deine mama spielt ein heiler winky face i way watching overwatch gib mir meine ulti road talk du bist ein kleiner dicker man ja mir meine ulti lalala ich habe dir voll dabei komm zurück na ich will gegen die decke Oh Gott, du Assi! Ich hätte dich besser werfen können. Ich habe jetzt schon mal ein Ulti. Alles klar. Schrauben wir nicht weg. Nichts passiert. Ich komme nicht weg. Hallo. Hilf mir doch einer. Hallo. Hallo. Danke Team. Wunderbar. Vielen Dank. Das ist so geil. Die rennen alle dieser Sarie entgegen. Als ich da mal wegläuft, damit ich da hinkomme. Damit ich mich nicht mehr anfimmeln kann mit ihrer Mikrowelle. Danke Team. Jetzt weiß ich noch, warum keiner in Random Matches Healer spielt. Holy Crap. Das ist auch so. Winky face. Winky face. Winky face. Winky face. Aha. Jetzt bratwürst mich. hier UGES Heroes never die UGES Oh Gott Der Boltimate BAM Der anderen Mercy voll in die Fresse ge- Ich muss mir den Hotkey machen für den Immort Fucken winky face ey Winky face Winky face My plane is ready to be released Ah Winky face Ja, Yoslis ulti So kacke gewor mit den Diva ultis Winky face Ich wollte schon sagen What the fuck FUTURES Von Mercy Winky face Oh Gott Positioning fail Ich komm nicht weg Ich komm nicht weg Geh die nachschuhe Geh weg Double Cree Oh Double Cree Hä? Was? Ich hab mich gar nicht getrunken Winky face Kann man nur so rein Winky face Dann wie du Fuck No way Wfo Du musst die so weit auseinandersterben Kommen wir discipline ja lustig ich kann ja da oben helfen ja ich werde die ganze zeit nur weil ich asiatin bin müsst ihr mich nicht vergewaltigen ich werde da oben einfach mega geraben ich komme da nicht hin weg 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 ab Uuuuuhh! Hilfe! 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 Jemand! Medic! You shall not rest! Oh my god! Bist du tot? Hm. Oh yes! Oh nein! Egal! Bitte! Ich hab Play of the Game, bitte! Killer Mercy, Junge! Triple rest, easy! Oh, du bist so langweilig! Hallo! Ja! Auf the Game! Hast du dein Leben? Effort so much? Ja, der Triple rest war natürlich weniger wert als dieser... So lange auf deine Bubble bist du platzt! Epic! Ja, das macht irgendwie viel Laune, ey! Das ist so geil! Nichts langweiligeres als die ganze Zeit den Strahl da rum! Ne, ich laufe die ganze Zeit mit der Pistole rum! Hehehe! Ist so ein... Kerma-Diva! Ja, ich heile eigentlich überwiegend die Zeit, aber sobald ich nichts zu tun habe... Wäre cool, wenn die Pistole heilen würde, ne? So wie war er nach... Aber wenn ich nichts zu tun habe, schieße ich einfach rum! Kriege ich meine Ulti schneller! Ganz für jeden Tod kann ich dann meine Ulti nutzen! Dann würdest du den Ulti schneller kriegen, wenn irgendein Tank immer drin stehen würde... ...und du den Schaden frisst, du gegenhältst! Ja, wir hatten einen Roadtalk, der hat ja selber geheilt! Weißt du, was dich interessiert? Das ist ja eine Fähigkeit, ne? Und das ist ja nicht wirklich ein Damage-Boost, was man jetzt macht, sondern Fähigkeits-Boost! Wenn ich den Fähigkeits-Boost gebe... Nein, das ist ein Damage-Boost allgemein 50%! Ja, aber was ist, wenn er dann eh drückt, der Roadtalk? Ey, was ist eh! Äh, da absorbiert er da diese Kombi in Gase, um sich zu heilen! So! Ich hab die umgestellt, deswegen hab ich halt keine Ahnung, was cool er ist! Ja! Hanso wird jetzt mal mehr gespielt, ne? Das ist wegen dem scheiß Hitbox da! Ja, weil die Hitbox broken ist, ja! Wir sind Defense, ich sollte das nicht spielen, das ist mir immer geil! Ich hab kein Bumpf mehr auf dem Rürtel stehen, da steht jetzt USA! Ja! Wieder Russen! Der Spruch ist so dumm, ne? Wieso? Er ist nicht gut, er ist nicht schlecht, aber ist sicherlich nicht der Hässlichste! Irgendwas kratzt in meinem Hals, wie bekloppt, ey! Eichel! Eichel! Ich bin der Dummoli! Deine Mama kratzt bei mir im Hals! Pimmelstrahl, Pimmelstrahl, la la la, Pimmelstrahl! Ja! Sag das morgens, früh kann man gar nichts spielen! WoW findest du keine Dungeons, hier hast du nur diese Softies! WTF? Hast du gerade die One-Shotten? Hohohoho! Im Schül, hell no! Agne! Ahahaha, nur! Hallo! Attack Mercy! Angel of Revenge! Angel of Revenge! Hehehehe! Hehehehe! I will point it under attack! There are three to ourselves, or these are winning! Easy! Yo! Hi! Hiya! Was? Mercy in Bereitschaftsdienst? Mhm. Ja, aber warum? Hehehehe! Hinter dir! Move mit Gott! Move mit Gott! Ich bin ein Move mit Gott! Hallo! Ja, da kann ich dich nicht gegen rein! Hinter mir ist ne, äh... Ne Tracer! Ne Tracker! Hehehe! 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 Wir sind beide nicht weggekommen! Hehehehe! 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 Weil du genau dasselbe Loch gewählt hast wie ich! Haben wir uns gegen den Teppich gedrückt! Hehehehe! Hehehe! Guck dir dieses Team an! Hallo! Hehehe! 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 und er beruf mit Krippeln! Buu! Er sagt, useless Team! Er sagt, useless Team! Und es Torbjorn und er hätte schon hundertmal auf den Tank wechseln können! er hat eine fliegende mercy earthquake bitte verkauft euren pc ohne witz wie kann man nur so kern schlecht sein als ob das in overwatch jemals anders funktioniert hätte ich habe ein viel bock aufmessen i've been watching overwatch die 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 von der euch Por wir wären besser rausgegangen wir wären besser rausgegangen machen die bester angriffstank eu warte mal das kann ich das kann ich nicht sitzen lassen spruch f1 wie neuer spruch f1 muss keine spüren zwei text besser als euch fragt nein ich halte nicht die ganze die linke maus das runter ich habe eingestellt dass mercedes heilstrahl mit einem klick aktiviert ist und aktiviert bleibt ich bin ein 1 1 3 nein ich bin unterwegs ohne dass ein disco auf alle sarja cool Na, da werde ich ihn nicht hin folgen. Ne, ne, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir noch eine Saria klemmen. Das ist so geil. 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 Oh, wir werden über die ersten Treufe. Das ist so geil. 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 Das ist so geil.